Mein Name ist Kathrin Debrunner, ich bin 28er und Rollstuhlsportlerin. Wir sind hier in Nottwil im Schweizer Parablekigerzentrum, wo ich im Winter trainiere. Das 2023 war für mich ein merlehaftes Jahr mit sehr vielen Highlights. Was für mich besonders heraussticht, ist einerseits der Gewinn des Laureus Sports Awards in Paris. Das zweite, was für mich extrem heraussticht, ist, dass ich die Marathon Major Serie gewinnen konnte. Also die Gesamtwertung der grossen Städtenmarathon. Neben dem Sport bin ich nicht so aktiv wie jetzt im Sport selber. Dort nehme ich es lieber auch mal ein bisschen gemütlich. Wenn ich Zeit habe, treffe ich mich gerne mit meiner Familie oder meinen Freunden. Mein Wunsch für 2024 ist, dass ich verletzungsfrei bleibe, dass ich gesund bleibe. Das ist wirklich das A und das O so simpel, dass es klingt. Weil ich bin extrem gut jetzt aufgestellt mit einem super Team um mich herum, mit super Material. Und ich hoffe wirklich, dass ich die Trainings so absolvieren kann, wie ich mir das wünsche. Die Trainings so einfach schon weiter. Bis dann! Das ist viel Spaß!